Musik Wer etwas ganz Besonderes erleben möchte, der ist beim Alpine Coaster am Bewegungsberg Gollm genau richtig. Mit zwei Sitzerschlitten geht die Fahrt von La Chao auf der 2,6 Kilometer langen Strecke durch den Wald nach Vandans. Das Tempo bestimmt jeder selbst. Rasante Fahrer können aber Geschwindigkeiten bis zu 40 Kilometer die Stunde erreichen. Für Nervenkitzel sorgen ein 360 Grad Kreisel, 14 180 Grad Kehren und viele Bodenwellen, die dem Fahrer das Gefühl geben, dass er abhebt. Aber keine Sorge, bei all dem Fahrspaß auf der spektakulären Strecke des Alpine Coaster Gollm steht Sicherheit selbstverständlich an erster Stelle. Die Schlitten sind entgleisungssicher und mit Fliehkraftbremsen ausgestattet. Zusätzlich sind alle Schlitten mit optimierten Sitzschalen und Sicherheitsgurten versehen. Der Alpine Coaster ist eine spektakuläre Erlebnisbahn, die bei jeder Witterung in Betrieb ist und den Fahrern immer wieder einzigartige Ausblicke auf die umliegenden Berge und Landschaft bietet. Die Strecke führt mitten durch die Natur und hat einige Überraschungsmomente zu bieten. Teilweise bis zu 6 Meter über dem Boden und mit einer Höhendifferenz von 350 Metern. Die 8 Minuten mit dem Alpine Coaster von La Chao nach Van Danz bedeuten Spaß pur. Das Beste hat mir der Alpine Coaster getaugt, weil es einfach fetzig ist, da einfahren. Es ist für jeden ein Gaudi, ziemlich cool, recht schnell, macht sehr viel Spaß. Schön. Es war super, sie hat die ganze Zeit gesagt, luftig, luftig und das ist gut, das ist gut. Eigentlich ganz cool, es ist schnell, lustig. Voll gut, ich bin ganz fertig. Die ruft immer nur die ganze Zeit, man soll bremsen. Am besten sollst du dann die Bremshebel nach vorne drücken und gedrückt lassen, das ist am schnellsten. Mir hat der Coaster am besten getaugt. Es war einfach lässig, ich war schon schneller, als ich in Erinnerung gehabt habe, muss ich sagen. Ich bin schon mal gefahren und wohl, schaut mir gut. Ja, es sind ein Kreisel drin, ein paar Wellen, schnelle Wellen drin, echt cool. Ich weiß nur, meine Oma mit 84 ist den Alpine Coaster auch gefahren, also da ist glaube ich für alle was dabei. Familien, junge Leute, also mir hat super viel Spaß gemacht heute. Und das Beste, ihre Erinnerungsfotos direkt von der Rodelbahn können sie gleich in der Talstation ausdrucken und mit nach Hause nehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.